Musik Geballte Technik, Effizienz zum Anfassen und viel Spaß. Der Feldtag Wadenbrunn ging 2012 mit einem völlig neuen Konzept an den Start und mit einem Besucherrekord zu Ende. Die Mischung aus Show und Unterhaltung, Information und neuester Technik hat in diesem Jahr rund 58.000 Besucher angezogen. Das Resümee ist sehr gut. Wir haben also unsere Botschaften komplett transferieren können. Wir haben einen tollen Tag gehabt, das Wetter war optimal, die Einheitsbedingungen waren optimal, alle Maschinen haben gehalten. Es sind keine Unfälle passiert, alle Besucher waren glücklich, also auch eine sehr gute Stimmung in der Landwirtschaft, die sich hier wieder gespielt hat. Also rundum sind wir zufrieden. In drei verschiedenen Shows wurden in der Arena und auf dem Feld die neuesten technischen Entwicklungen präsentiert. Den Auftakt machte die Traktoren-Show mit den Baureihen 200, 700, 800 und 900 Vario. Absoluter Hingucker war der neue 300 Vario mit dem Top-Modell 313 Vario, ausgerüstet mit 135 PS und Spritsparen der SCR-Technologie. Und diese beiden hier kennen bereits die Vorzüge dieses Modells. Als Sieger des Gewinnspiels konnten Pascal und Desiree Braun den 300 Vario schon zahlreiche Stunden im richtigen Arbeitseinsatz testen. Wir sind nach wie vor natürlich super zufrieden mit dem 300er und man wird auch von vielen Leuten erkannt, wird nachgefragt, ihr wart doch das, den ihr da gewonnen habt. In den anderen Shows wurde das gesamte Fendt Fullline-Programm mit der neuesten Erntetechnik und den Innovationen made by Fendt vorgestellt. Einen spektakulären Auftritt hatte dabei der Fendt Feldhäcksler Katana 65 beim Mais häckseln. Schwer imponiert hat auch der neue Mähdrescher der C-Serie mit der neuen Skyline-Kabine, der in Wadenbrunn erstmals öffentlich vorgestellt wurde. Das GuideConnect-System ermöglichte den Besuchern einen Blick in die Zukunft zu werfen. Zwei Traktoren aber nur ein Fahrer. Die beiden Schlepper werden über Satellitennavigation zu einer Einheit verbunden. Auch der neu gekürte Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Walter Heidel, zeigte sich tief beeindruckt. Das ist der Schlüssel für die Bewirtschaftung unserer Flächen. Wir haben ja die Entwicklung, dass immer weniger Leute in der Landwirtschaft immer größere Flächen bewirtschaften können und bewirtschaften müssen, weil es ein Kostenfaktor ist. Und da sind wir darauf angewiesen, dass wir leistungsfähige Maschinen haben, ob das die Schleppertechnik, die Erntetechnik ist oder die Anbaugeräte, die wir hier überall sehen. Und hier sind wir darauf angewiesen, die brauchen wir. Erstmals wurde in diesem Jahr die Fendt-Meile präsentiert, wo die Fendt-Ingenieure die neuesten Technologien vorstellten und den Besuchern Rede und Antwort standen. Und während sich hier in Wadenbrunn die Fendt-Palette präsentiert, wird in Magd-Oberdorf Geschichte geschrieben. Die meisten wissen es ja, dass wir ein neues Werk investieren, eine Gesamtinvestition von über 300 Millionen Dollar, die wir gerade fertigstellen. Und heute an dem Feldtag wurden die ersten Schlepperrümpfe auf die neue Montage, auf das neue Band gelegt und werden dort jetzt montiert. Und ich gehe davon aus, dass wir vor Wochenende oder spätestens Montagmorgen den ersten neuen Schlepper aus der neuen Montage, aus dem modernsten, innovativsten, produktivsten Schlepperwerk der Welt herausnehmen können. Und das ist für uns der Weg in die Zukunft. Der Blick geht also nach vorne, sowohl in Magd-Oberdorf als auch hier in Wadenbrunn. In die Infrastruktur wurde nämlich kräftig investiert. Die Parkflächen wurden verdoppelt, die Zufahrtswege aus und eine 1,2 Kilometer lange befestigte Straße neu gebaut und damit die Weichen für die nächsten 20 Jahre gestellt. Der Fendt-Feldtag wird auch künftig hier in Wadenbrunn auf dem Gelände des Hofguts stattfinden. Der Fendt-Feldtag wird auch künftig hier in Wadenbrunn auf dem Weg 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 in Wadenbrunn auf dem